Hallo und herzlich willkommen das alles seht ihr nach dem Intro Hallo wieder hier euer Jan Alles ok bei euch? Bei mir ist alles ok. Ok, dann lass uns mal loslegen Ja, ich weiß gar nicht was wir heute machen werden also, ich denke mal, ich werde heute noch ein bisschen Holz sammeln, ein bisschen dagegen rumlatschen und so weiter und so fort. Mal gucken, wie unser Service so ausgebaut ist und was es so alles gibt. Ich merke gerade, ich habe ganz, ganz wenig Leben, ich muss was essen Ja, ich muss gleich mal was essen hier So, Zucker, kann man Zucker essen? Ich glaube nicht. Hm. Hab' mir noch ein verrottes Fleisch. Jetzt traue ich mir mal rein Ja, ja. Oh, Apulipatik, ja! Du dum 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 Oh, Alkoh, mal so ein bisschen Elk im Auto Ah… Nee, lass uns mal lieber... Lass uns mal in Ruhe Die wird auch irgendwo Milch produzieren, Alter, hier geht's jetzt Die wurde… Ah, alles richtig bombardiert, das geht gar nicht Oh… Das soll jetzt nicht gut… Ich glaube es gibt echt Ärger vom Gamer viel zu viele Creeper, ich mag Creeper überhaupt nicht, ja, ich denke mal, da müssen wir unser Haus, wo alles hinbauen, oder das ist einfach nur scheiße von mir, ach, das Wort darf nicht auf YouTube sagen, entschuldigt meine Aussprache, naja, heute ist mal wieder ein ganz schönen guter Tag, es regnet, es lebt Schnee, man, überhaupt nicht, es ist kalt, aus der Minecraft, hier ist alles gut, hier regnet, regen in Minecraft, naja, finde ich auch nicht so überragend, ich werde mich ein bisschen aufrollen, das kriege ich noch ein Ärger, okay, wollen wir ja ein bisschen erst mal, oh, unser Haus ist ja komplett zerstört worden, machen wir hier eine kleine Treppe, so, gucken wir mal, es geht so, okay, was haben wir denn hier, was brauchen wir, Holztracken, und das Bonemail, Knochenmehl, das können wir vielleicht auch brauchen, nehme ich auch wieder mal, Tür, muss ich hier einbauen, okay, oh, das, eins, Kera, Cesar, Vielleicht kann ich hier auch was anderes machen, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefällt, an mir, oder ob ich zu langweilig bin, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was anderes machen, ein paar Witze reißen, oder was ist ich, Schreibt mir einfach in die Kommentare, okay, ein bisschen Holz, bisschen da Holz, bisschen hier Holz, fortan hier Holz, so, dadum babum, dadum babum, hab ich sogar rechtzeitig zum Mittagessen zurück, ich mag sie, meine Musik, die ist ganz cool, Ich hab's ja extra angelassen für euch. Ich denke mal, ich sollte mal für euch ein neues Texture Pack nehmen. Welche sollte ich denn als nehmen? Schreibt mir in die Kommentare. Ich würde das Mieser nehmen, wenn mich keiner hier anschreibt. Ich weiß ja nicht, wie man... Der Gronkh oder so, die haben ja alle so... Die haben ja Audifine drauf, das hab ich ja auch drauf. Nur, die machen was mit Audifine, was ich nicht machen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Bei denen wackeln immer so die Büsche und so. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wie das geht. Ich hab ja auch den Audifine Mod drauf. Kann ich irgendwas auch demonstrieren. Grafikeinstellungen hier, was ich alles habe, was solltet. Ja, das ist der Audifine Mod. Vielleicht mach ich darüber mal ein Mod-Review. Wenn ihr den Mod nicht kennt. Damit kann man halt seine Texturen verschönern oder verschlechtern. Die FPS-Zahlen an Minecraft erhöhen, verniedrigen und so weiter und so fort. Ich geh gleich mal da rüber. Da gibt's schon viel Holz. Müssen wir hier diese Seerosen nehmen. Kann ich schön schnell voran... Ich glaub, die sammle ich auch mal. Wenn man sich hier so'n... so'n Weg... ...ne Brücke überhofen aus Seerosen. Ich denke mal, wenn ich bald mal ein Zehn-Aufrufe-Event machen... ... dann hoffentlich krieg ich ihn auch mal die Zehn-Aufrufe zusammen. Jetzt hab ich nämlich gerade immer sechs oder vier. Das wollen wir nicht. Ich will mal ein bisschen mehr haben. Ja. Zehn-Aufrufe-Event kommt. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Vielleicht mach ich ja ein Match mit dem Gamer. Ein Paintball-Match oder so. So beide gegeneinander mit Paintball-Waffen auf uns los schießen. Das hat ein bisschen Spaß machen. Ja. Vielleicht das denn noch. Ich geh nach Hause. Ich hoffe halt, die Winnie-Coils gesammelt. Nee, das sollte reichen. Ich geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Da geht's doch. Da? Ja, oh nein. Ähm. Ich bin von da gekommen, also muss das. Ja, da. Okay, geht's doch nach Hause. Du, 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 du. Wiesenschaffe. Die kann ich gleich mal scheren. Ich hab ein Eierschafs gelassen. Hä? Rechts, 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 rechts. Ich hab' ich noch gesisst. Uhuhuhuhu. Schön heul. Schön wurde. Ah, das noch eins. Haha. Mainz. Du, 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 du. Du, du, du. Weiter geht's. Da, 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 da. Oh, noch eins. Ziemlich viel Glück. Da. Mainz. Jetzt lang. So. Falls ihr denkt, ähm, dass ich die Tiere vorprogrammiert habe und die Tiere für euch finde, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich werde, ich spiele einfach nur wie ich gerade spiele. Ganz normal. Ich werde auch irgendwie keine Gewand oder so platzieren. Ich spiele einfach ganz normal. Oh nein. Scheiße. Was hab ich jetzt getan? Fuck. Oh mein Gott. Ich komm jetzt hier raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich mag das hier nicht. Schöne. Mann. Ich hab Hunger schon. Ich hab Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ähm. Ich komm hier raus. Hoffentlich komm hier raus. Hoffentlich komm hier raus. Ähm. Scheiße. Ich lass mal hier raus. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich kann das mal hier reinstellen. Ein Bäumchen. Ich hab ein bisschen auf der Zier. Pipp. Ich hab das mit hier. Du kannst für den Garten hinstellen. Die müssen da reinstellen. Oh, hier ist immer noch Regen. Ich mag den Regen überhaupt nicht. Okay, ich mach den Regen überhaupt nicht. Ich denke mal, wenn ich da gleich wieder gegessen habe, werde ich das Video dann abbrechen, also nicht abbrechen, sondern halt aufhören, damit ich halt nicht so lange zu brennen brauche. Das ist ein wichtiger Vorteil für mich, aber das war unser Haus sieht nicht gut aus. Ich brauche eine neue Farbe, dann habe ich auch noch was zu essen. Ja, das schmeckt aber, das ist süß. Wie heißt eigentlich nochmal der Microsoft-Skin? Steven, genau, Steven, Mr. Aber ich habe ja den Skinner habe ich mir selber erstellt. Das finde ich ganz nett, ganz gut gemacht von mir eigentlich. Wer den anderen Skin mag oder irgendwie selber erstellt hat, kann er mir mal schicken oder kann der mal mir eine Let's Play-Belg selber bauen für mich, die ich denn Let's Play'n kann oder so. Mal gucken. Okay. Was machen wir hier? Ich denke mal, dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal und bis bald, euer Jan.